Kaufe, Kaufe, Papa, Papa, nochmal Kaufe. Nächster Bonus bei, ich will mal die Fünf oder? Vier immer schon Karten, aber ich will mal die Fünf. Oder nochmal vier, aber dann soll er gönnen, wisch? Oh, oh. Ist das doch Kleokadron? Wer ist das da? Nochmal zwei Freispiele, gut. Komm, wir bleiben in die Walz, jetzt aber nicht schlapp machen. Hundertmal geknackt, komm schon, sechs Spins haben wir noch. Gönn. Hopp, hopp, bewegt euch. Nochmal zwei Spins, scheine Verlängerung, gut. Stimmt ja, immer drei Katzen in der ersten Walz und dann gibt's nochmal zwei Spins drauf. Geh doch auf fünf Euro kaufen, ruhig bleiben lassen. 140 Tage, schön, viel Glück. Dankeschön, Ilyuta. Bist du lieber da zerkratzt, ne? Uh, uh, uh. 85 Tage, schön. Jetzt nochmal ordentlich aufräumen. Oh, da die lila, ne? Und die Zehn hat durchgezogen. 300 Tage nochmal oben drauf. Komm, gönn. Zehn hat durchgezogen, sehr schön. Jacques de Pardons. Anc. 11 Tage, scheine Stabszahl. Kommen die letzten drei Spins. Cleo Corten. Cleo Corten. Zuckerstange. 500er Bild. Wahnsinn. Guck mal, nochmal die Zuckerstange. Nochmal 180. 500 immer schon auf dem Tacho. Letzter Spin. Gerne. Gerne. Die Queens komplett. Wahnsinn. 2.000 Tage mitgenommen hier. Cleo Corten. Gerne. Wir haben uns gerecht für dich. So sieht's aus. So muss man das das mal nicht. Alter, guck dir das an. Guck dir das an. Was ist immer auf dem Tacho? 3.900. Pfff. Unglaublich. Geil. Geil. Ja. Gibt's das? Pfff.